Hallo und herzlich willkommen zu So geht. In diesem Video sind wir in der Wirtschafts- und Sozialkunde, somit in der Prüfungsvorbereitung und wir wollen uns heute mal den Berufsausbildungsvertrag anschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da und gebt einen Daumen nach oben. Aber zum Video. Berufsausbildungsvertrag. Da kann es immer eine ganze Menge Fragen drum herum gehen. Ich habe die mal alle so ein bisschen versucht hier zu clustern und wir gehen sie mal so Themengebiet für Themengebiet durch. Das erste, was immer gerne kommt oder ein Bereich, der immer gerne kommt, ist, was ist eigentlich die vorgeschriebene Form für einen solchen Vertrag? Und das ist relativ einfach. Es darf nur in schriftlicher Form und damit irgendwie so Zweideutigkeiten ausgeschlossen sind, Es darf nicht in elektronischer Form sein. Also es darf keine elektronische schriftliche Form sein. Auch gern gefragt, ist eine schriftliche elektronische Form zugelassen? Nein, die elektronische Form ist ganz klar ausgeschlossen. Und die zweite Frage, die da gerne kommt, ist, wann muss der abgeschlossen sein, der Vertrag? Vor Ausbildungsbeginn. Mehr steht da erstmal nicht. Steht die sechs Wochen davor oder irgendwie sowas. Also wenn ihr zum 1.9. eingestellt werdet, der Tag davor, da muss der Vertrag dann geschlossen werden, spätestens. Und er muss ja auch noch durch zur Industrie- und Handelskammer oder eben zur Handwerkskammer. Aber das steht da drin, vor dem Ausbildungsbeginn. Muss also nicht sofort, wenn ihr die Zusage habt oder ihr bewerbt euch, da muss nichts irgendwie sofort gemacht werden, sondern echt nur vor Ausbildungsbeginn. Okay, soviel zur Form. Das zweite, was ja gerne kommt, ist, wer sind eigentlich die Vertragspartner? Klar, wir schließen ja einen Vertrag, also muss es Vertragspartner geben. Und da muss man so ein bisschen auf die Worte aufpassen. Die sind ein bisschen anders, als wir sie vermuten. Und zwar sind die Azubis, die, die die Ausbildung durchlaufen, sind die Auszubildenden oder einer davon ist ein Auszubildender. Mit dem Zumerken, das ist gleich beim anderen nämlich nur weg. Die Betriebe, also die euch ausbilden, das ist der Ausbildender oder die Ausbildenden. Aber es ist ja meistens, ihr werdet nur von einem ausgebildet. Also diese beiden Begrifflichkeiten müsst ihr euch so ein bisschen merken. Auszubildender und Ausbildender. Also Betrieb, Azubi. Und ihr merkt schon, hier fehlt nur das Zug. Als kleine Eselsbrücke. Der nächste große Bereich ist, was muss in einen Vertrag? Also nicht in einen Vertrag, sondern in den Berufsausbildungsvertrag. Was sind vorgeschriebene Angaben? Und da kommt ja ganz viel, entweder muss man mal fünf nennen oder da sind fünf und einer ist eben gar nicht hier aufgelistet. Der gehört nicht dazu. Dann soll man sagen, ja, der gehört nicht dazu und so. Da kann man eine ganze Menge mit machen, wenn man weiß, was grob drin steht. Und natürlich müssen die Vertragspartner drin stehen. Und zwar mit mehr als nur dem Vornamen. Also Klaus und Peter reicht da eben nicht. Sondern Name, und mit Namen meint man auch immer den Nachnamen, Anschrift. Aber das ist man ja von normalen Verträgen auch gewöhnt. Und die Besonderheiten, die Besonderheit ist es ja nicht, aber zum Schluss, die sind eben auch die, die unterschreiben. Also eine Unterschrift gehört auch in den Vertrag. Wenn ihr als Azubi, also als Auszubildender, unter 18 seid, dann müssen euch eure Erziehungsberechtigten auch noch unterschreiben. Okay, einzige Ausnahme. Dann Art, Ziel, sachliche und zeitliche Gliederung der Ausbildung. Hört sich jetzt wichtiger an, als es ist. Also es muss die Art und das Ziel, ein bisschen synonym, es muss drin stehen, dass ihr Elektroniker seid. Und zwar muss mehr drin stehen als nur der Elektroniker. Sondern es muss ja auch noch die Fachrichtung. Also es muss zum Beispiel für meinen Beruf drin stehen, Elektroniker, für der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik. Das muss schon ordnen, wenn man weiß, was ist das Ziel und was ist die Art der Ausbildung. Mauer. Da weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob es da noch Untergliederungen gibt. Was ich? Fleischer. Solche Sachen. Das muss da schon drin stehen. Und zwar genau so, wie der Beruf eben doch heißt. Okay. Beginn und Dauer der Ausbildung. Auch klar, hatten wir vorhin schon als Beispiel. Da muss 1.9.2021 zum Beispiel drin stehen. Und auch genau das Ende. Das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Es gibt ja Berufe, die sind 3 Jahre, Berufe, die sind 3,5. Und das Ende muss also auch als Datum drin stehen. Okay. Dauer der Probezeit muss im Vertrag stehen. Und auch da kommt ja gerne nochmal eine Zusatzfrage. Deswegen mache ich das mal gleich hier unten. Im Berufsbildungsgesetz. Nur das B für Beruf. B, E, B, I für Bildung. G für Gesetz. Da steht in § 20 nämlich genau die Probezeit. Und da steht drin mindestens ein Monat. Höchstens 4 Monate. Da wird auch gerne eine Frage zu gestellt. Die Probezeit, wie ist das geregelt? Dann habt ihr es auch gleich. Ort der Ausbildung. Kommt mir jetzt erstmal total normal vor. Erklärt sich aber gleich mit dem nächsten Schritt. Es muss drin stehen, wo ihr ausgebildet werdet. Und es kann nämlich auch Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte geben. Und deswegen muss auch drin stehen, wo ihr ausgebildet werdet. Also es kann sein, dass euer Betrieb euch 6 Wochen an einen anderen Betrieb ausleitet. Und ihr macht da einen bestimmten Themenbereich. Weil der Betrieb darauf spezialisiert ist. Und der, in dem ihr ausgebildet werdet, zum Beispiel nicht. Also auch wenn das hier komisch klingt, ist doch klar, dass mein Betrieb der Ort der Ausbildung ist. Nein. Es kann auch außerhalb der Ausbildungsstätte quasi Ausbildungsmaßnahmen geben. Dauer der regelmäßigen täglichen Ausbildungszeit. Da steht dann drin, ihr müsst täglich zum Beispiel 8 Stunden, 7,5 Stunden, bei uns meistens 8. Ja, werdet ihr ausgebildet. Das ist ja keine Arbeitszeit. Das ist ja die Ausbildungszeit. Und zusätzlich, in welcher Form ihr diesen Nachweis bringen müsst. Das sogenannte Berichtsheft. Und das gibt es ja immer mehr in elektronischer Form. Dann steht es ja auch drin. Das Berichtsheft ist in der und der Form zu führen. Oder das Berichtsheft eben ganz allgemein zu führen. Also der Nachweis über eure Ausbildungszeit, jetzt nicht nur die tägliche, sondern ihr macht das ja über den ganzen Ausbildungszeitraum, also nicht nur für einen Tag. Auch die Form des Ausbildungsnachweises muss geregelt sein. Jetzt kommen wir zu den angenehmen Teilen. Die Zahlung und Höhe eurer Ausbildungsvergütung. Also klar, was bekommt ihr monatlich an Geld. Auch das steht da drin. Die Dauer des Urlaubs. Also was habt ihr für Urlaubsansprüche? Und das ist in der Regel den Ausbildungsjahren zugeordnet. Denn ihr beginnt ja zum Beispiel zum 1.9. Dann habt ihr ja nicht den Urlaubs fürs volle Jahr. Da steht ja 2021 kriegt ihr 58 Tage, 2022 oder 23 Tage so. Ein bisschen überspezial. Steht alles drin. Dann kann es sonstige Vereinbarungen geben. Solltet euer Betrieb zum Beispiel einen Tarifvertrag haben, kann es da irgendwelche zusätzlichen Informationen geben. Und ja, man will es ja nicht hoffen. Aber auch das muss natürlich in einem Vertrag geregelt sein. Unter welchen Voraussetzungen kann ich diesen Vertrag denn wieder kündigen? Auch das ist drin. Ich hoffe aber, dass ihr alle Facharbeiter werdet. Und die nächste Frage ist natürlich immer, hatte ich ja gerade schon gesagt, sind hier so zwei, drei Sachen mit reingeschummelt worden, die nicht erlaubt sind und die hier nicht reingehören? Darf das und das da drin stehen? Oder das und das steht drin? Ist der Vertrag quasi rechtens? Und dann gibt es eben noch die, was ist nicht zulässig? Die nichtigen Sachen. Das ist das Wort einfach, nichtig. Und das kann man so ganz salopp zusammenfassen, wenn es vertragliche Vereinbarungen über Vertragsstrafen gibt. Immer dann, also alles was eine Strafe auf irgendeiner dieser Punkte ist, dann ist es nichtig und darf da nicht mit rein. Also, wenn ihr morgens zu spät kommt, zahle ich kein Gehalt am Monatsenden. Das darf da nicht rein. Oder ihr kriegt keinen Urlaub, wenn ihr nicht das und das macht. Darf da nicht rein. Ich glaube, das ist klar. Oder die Probezeit verlängere ich jetzt einfach mal auf dreieinhalb Jahre, damit ich dich immer kündigen kann. Also, ihr seht, immer wenn es eine Strafe gegen diese Regeln gibt, die dürfen nicht, sie sind nichtig, dürfen nicht mit in dem Vertrag geschrieben werden. Okay, ihr seht, das ist schon eine ganze Menge, was man hier drumherum fragen kann. Ich denke, die Übersicht, also über alle Themen, packe ich nochmal vor, ich habe hier oben rechts rein. Guckt mal, ob ihr da alles so weit drauf habt. Für dieses Video soll es aber auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein.